Sand machen zusammen diese Grunts. Wenn ich nur noch wüsste, wie das ging. Gut. Das kann ich wieder zurücklegen. Äh, das, das. Oh, dumm. So. Was will ich damit? Da drinne. So. So. Genau. Und jetzt, während das läuft, äh, ich hab noch einen Eimer dabei. Ja, das ist gut. Wieso habe ich... Achso, weil das eine eigene Schaufel ist. Ähm, jetzt hol ich mir noch was. Puh. Lava für meine Crabby, denn die soll ja auch weiterarbeiten, sonst wäre das Ganze ja ineffektiv. Boah, ich finde dauernd diesen Einstieg nicht. Und dann suche ich mal nach Kühen, denn Kühe sind wichtig. Äh, ich glaube es ging... Äh, wo ging es denn rein? Da ging es rein. Gut. Austauschen. Irgendwann muss ich mir dann auch die Kisten ordentlich sortieren, denn mit dem System, das ich gerade habe, hat man ja überhaupt keinen Überblick über das, was man gerade hat, was man haben will und so weiter. Oh mein Gott. Sieht ziemlich hell aus. Naja, wieso nicht? Und wieder hoch mit dir. Hüpf, 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 hüpf. Vielleicht sollte ich mir das nächste Mal, wenn ich so eine Mine mache, Treppen bauen, denn das zieht ja auch ordentlich Hunger, wenn man immer Treppen raufhüpft. oder das zieht Nahrung. Sagen wir es mal so. So, und jetzt möchte ich gerne, dass du den Befehl Tunnel 80 ausführst. Hä? Scheiße. Vielleicht Tunneling? Okay. Das ist jetzt natürlich eine super Äh, ich versuch's nochmal mit. Okay, dann, ähm, muss ich jetzt irgendwie improvisieren, denn dem Befehl nachgucken kann ich gerade nicht im Vollscreen-Modus. Das ist das Problem. Dann wird einmal die Query abgebaut und ich würde sagen, das Ganze wird da hier nichts Sinnvolles ist. Oder? Es geht hier nach da, wird die Query dann äh, die Turtle hierhin eingelegt und gesagt und nehmen wir mal 10 ich glaube ah, genau 10 gut der läuft hier ist noch nicht allzu viel drinne und wir können wieder ups boah wieder nach draußen gehen ähm ja dann haben wir doch schon etwas Produktives getan und zwar wir haben uns Rohstoffe besorgt und jetzt besorgen wir uns auch noch Kuhfleisch die Frage ist wo findet man Kühe in dieser Umgebung ich glaube das sind Schafe das sind Hühner die Frage ist was sind Kühe da sind Schweine so ich gucke gerade ein bisschen auf die Minimap denn die ist ja ziemlich sinnvoll finde ich in diesem Fall da hinten kann ich nicht durch da sind ziemlich viele Zombies weil die sich alle schön unter dem äh schön unter der Eisdecke angesammelt haben glaube ich mal etwas mehr in die Richtung denn habe ich mir ja schon den B-Punkt zu meinem neuen Haus gemacht ja natürlich habe ich kein zweites Schwert dabei falls es Nacht wird also bin ich mal wieder bestens vorbereitet für jegliche Erkundungstouren zumindest habe ich genug zu essen und ähm der Art dabei es reicht hoffentlich für den Anfang ich gucke mal im Dschungel oder was ist das da hinten ob es da irgendwas interessantes im Bereich von Kühen gibt denn äh ein Backpack war ja auch ist das ein Creeper der da angezeigt wird hier nein es ist ein Schwein ein fleckiges Schwein und ich habe mir überlegt ich esse doch Schweine mal so aus Überlegung aus Überzeugung da ist eine Kuh ich sehe eine Kuh ich sehe eine Kuh das ist super ich sehe mehrere Kühe das ist noch besser wieso spawnen die überhaupt hier ja denn äh ja ich möchte unbedingt Kühe holen denn Backpacks waren ja auch ein äh ein Punkt auf der Liste den ich unbedingt die Liste möchte ich unbedingt abarbeiten ich weiß nur nicht wenn es zu lange dauert dann höre ich halt mittendrin auf kündige ich aber vorher auch an und äh ja wenn diese boah komm her da hab ich dich doch noch ein Leder gut haben wir drei reicht für den ersten Rucksack nur sowas so haben wir noch irgendwo Kühe auf der Karte sieht nicht danach aus aber es sieht einfach nur im Moment wunderschön aus wenn man die Shader drauf hat und es läuft sogar einigermaßen also ähm 30 Frames gehen gerade so noch da sind noch Kühe super allerdings nur bei minimalen Einstellungen euch wird wohl aufgefallen sein dass ich etwas die Render Distance runterschrauben musste weil es sonst nicht geklappt hätte und zu ruckelig wäre komm her mit deinem Fleisch haben wir noch irgendwo anders Kühe ich kann ja jetzt ein bisschen noch durch die Gegend laufen denn mit dem nächsten Morgen werde ich dann wahrscheinlich den Umzug starten was schon mal sehr schön ist und solange gucken wir halt was es hier so gibt da vorne sind Schweine haben wir schon Angst vor mir komm lecker Schweinefleisch oh es wird schon Nacht gut dass ich das jetzt gesehen habe schnell nach Hause bevor es kritisch wird und genau ich habe vergessen weil ich das ausprobiert habe in einer anderen Welt natürlich ich habe zwei Welten einmal zum Experimentieren und einmal hier für die Aufnahme habe ich vergessen die Render Distance oder die Monster wieder einzuschalten was natürlich ziemlich dumm war naja im Moment hat es uns ja noch nicht gestört jetzt erscheinen die ja erst was immerhin was Gutes ist was war das ein Huhn keine Ahnung ähm oh da ist schon das erste Skelett aber ich wollte hier eigentlich nicht runterfallen so oh mein Gott schnell weg von hier denn gegen alle diese mag ich wirklich nicht kämpfen und gegen die beiden Endermänner oh mein Gott zwei Endermänner auf einmal mag ich auch nicht wirklich kämpfen deshalb laufen wir einfach zurück oh und da ist ein Creeper gegen den möchte ich auch nicht kämpfen vor allem nicht wenn mein Haus in der Nähe steht so schlafen hallo ich kann auch gar nicht ins Bett gehen